Ah, mein Meister, was für ein brillanter Plan. Als Sentinel Cybertron verließ, wollte er überlaufen, nicht wahr? Er sollte sich mit mir auf der Erde treffen, bevor das Schicksal uns beiden einen Strich durch die Rechnung machte. Es gab nur eine Möglichkeit, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Wir brauchten Prime und seine Matrix. Ausgezeichnete Strategie. Er ist mein größter Triumph. Sehr beeindruckend. Transport einleiten. Stopp! Nein! Nein, nein, Sentinel! Vergieb mir. Da sind wir. Der kämpft jetzt gegen uns. Der kämpft. Oh! Was ist das? Was ist das? Wir müssen die Menschen verteidigen. So verwirrt bist du, Optimus. Auf Cybertron waren wir Götter. Und hier nennen sie uns Maschinen. Und die Menschen sollen uns dienen oder zugrunde gehen. Sei froh, dass ich dich nicht getötet habe. Mit der Zeit wirst du es erkennen. Es ist noch nicht vorbei.